Das hat jetzt eine Stunde 40 gedauert. Ich habe eine Stunde dafür gebraucht, um ihn da hochzubekommen und dann ist er nicht runtergefallen. Werdet ihr wahrscheinlich nicht sehen. Ich habe mich ganz vergessen, dass der Controller da richtig abgeht. Das war hier, genau. Hier oben lassen wir nochmal, um die Typen eventuell nochmal zu killen. Ja, aber jetzt ist der Scheiß erstmal zu ändern. Gucken wir mal hier. Baum ist die Gnade. So bleibt. Das war doch relativ okay. Wie gesagt, hat Gancho Psych gekostet, aber ich bin jetzt umso froher, dass es endlich vorbei ist. Alter, das war eine Scheißidee, weißt du das? Alles deine Schuld. Ja, finde ich auch. Äh, ja, für unsere Mistress Rani, genau. Hm, 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 hm. Das war ich genauso. Ja, ja. Äh, Alexander, du bist ja auch noch da. Du siehst ganz schön zerteppert aus, ey. Ja, ja. Ja, hallo da. Na, war eine gewisse Schreie. Du bist gut und wirklich ein Schreie, Freund. Ich, auf der anderen Seite, bin nichts, aber ein Kroch. Ein Schuss war das alles, was es um mich zu spätieren, und für meine Inhalte zu kommen. Nachdem, ich... Ich schief wie ein Schroeder. Und so kann ich gar nicht aufhören, um jemanden wie dich zu treffen. Aber du glaubst nicht, dass ich mich noch nicht verabschiede habe? Wie Glück würde es sein, gibt es eine wahrheitliche Bühne von Kriegern hier. Wenn ich nur diese Bühne in mir kann, werde ich noch niemals ein Kriegern. Und du wißt du? Und dann gehen wir aber hier immer noch zu einem Dungeon, der sich hier noch in der Nähe befindet. Werde ich aber definitiv nicht machen, weil der ist viel, viel zu krass. Noch krasser als Redan. Leider sind 10 Gegner, 12 Gegner, die nicht der Boss sind und die sind alleine schon so stark wie der Boss. Also kein Grund da irgendwie jetzt freilich hinzulaufen oder den zu machen. Ich frage es dann bloß, was machen wir jetzt? Weil Redan jetzt weg ist, habe ich eigentlich eher weniger Bock zu zocken. Leider geht ganz schön auf die Nerven. Lasten ist, es mögen zwar Stunde 40 oder so sein, die ich dafür gebraucht habe, wird bei euch aber maximal drei Parts sein. Ich meine, das heißt, kann ich ja rausschneiden. Da sage ich entweder nichts oder es ist nicht so, so nichts sagen, sagen wir uns mal so. Dann können wir uns hier unten noch einmal das Lager, äh, das Gnade holen, gehen dann wieder raus. Hier kann man sich nämlich nicht porten, aber jetzt gehen wir doch erstmal hier hin. Seinen Auftrag müssen wir ja immer noch erfüllen, Auftrag ist Auftrag. Und dann nach Norden. Müssen wir nochmal zum Kolosseum zurück. Kommt der jetzt hier nochmal oder nicht? Lag der schon vorher hier? Befried berühren. Ja, du standest hier? Wir sind einfach gestorben, okay. Ja, ja, ja. Also den Deppen habe ich doch. Was soll ich denn noch hier? Oh, der hier. Äh, von Istvan, dem alten Ritter, ja. Ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich PvP ist. Ich denke mal, das ist, äh, PvE immer noch. Istvan der Ritter, ne, der hätte wahrscheinlich einen anderen Namen. Äh, ich habe meine Dingska nicht aufgefüllt. Fühlt mich gerade auf. Lass mich mal kurz trinken, ey. Du magst doch bestimmt Lootungsschaden, oder? Oh, wie würde dir denn L2 gefallen? So ein ungefähr. Das schmeckte nicht ganz so doll. Was ist denn du denn jetzt? Kannst du nochmal einen Sprungangriff oder so machen? Sprungangriff wäre sehr toll, ey. Wenn nicht der Monoskill, Alter. Sowas wie der solltest du machen. Oder den hier. Wird besiegt, Alter. Okay, dann war das dann doch, äh, ein Grund dahin zu gehen, wenn ich einen Wird besiegen sollte. Schuppenhelm, Schuppenrüstung, Schuppenstolpen und Schuppenbeinschutz. Wie viel Rüstung bringt dir tatsächlich? Seid ihr besser als mein jetziger Helm? Du bist nicht besser. Der ist besser als die Rüstung, aber kann ich nicht tragen. Der ist nicht besser. Der ist besser, aber kann ich nicht tragen. Wunderbar. Das heißt, wir können jetzt mal zum, äh, Haus Vulcan zurück, oder nicht? Und aufgehen tut die Tür auch nicht. Gut. Ich geh mir jetzt erstmal noch zu Haus Vulcan zurück. Hm, wo bist'n du, wo bist'n du, da. Ja. Zu dir muss ich wahrscheinlich hören, oder? Ja. Mhm. Mhm. Ey, ich hab, ich hab fertig. Ja. Ich bin glücklich. Jetzt bist du ein Recusant. Und ein vollfledgerter Mitglied des Volcanoes. Das ist dein Reward. Wie gesagt. Uh, macht man schon was. Okay. Ich weiß nicht, dass der Recusant kämpft, um den Weg des Championnens zu schrauben. Der Weg ist schraubt. Aber für diesen Grund, das ist der richtige Weg zu Valor. Aha. Ja, und du sagst nichts oder we? Ja. 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 Wenn du noch irgendwas? Ja. 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 Ja.